Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Müller-Braun und ich mache heute eine schöne Pilates-Stunde mit euch. Begleiten werden mich heute die Sandra und die Anna. Wenn ihr noch nie Pilates gemacht habt, Pilates ist ein ganzheitliches Training. Das bedeutet, beim nächsten Mal hältst du die Hand an deinem Knie und drückst mit der Hand gegen das Knie. Mit dem Knie gegen die Hand. Zieh dich. Ja genau. Dreh mal den anderen Arm um, dass du auch eine Außenrotation in der Schulter hast. Genau. Bleib. Nimm den Arm nach vorne und mach kleine Bewegungen. Genau. Bauchnabel nach innen ziehen. Bleib jetzt mal mit dem rechten Bein bei dir. Nimm die Hände in den Nacken und zieh die linke Achselhöhle Richtung Knie. Beug dein linkes Bein und streck. Beugen und strecken. Bauchnabel nach innen ziehen. Prima. 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 Vielen Dank.